Gesundheit Wer sich viel in der Natur aufhält, sollte auch im Norden eine Impfung gegen die von Zecken übertragene Krankheit FSM erwegen. Eine Infektion in Niedersachsen sei nicht völlig auszuschließen, allerdings immer noch sehr unwahrscheinlich, sagte Virologe Masamunat Zahian vom Landesgesundheitsamt. Seit 2002 seien 18 Fälle bekannt, in denen sich Menschen vermutlich in Niedersachsen mit FSM angesteckt haben, neun davon allein 2016 und 2017. Die Frühsommer-Meningencephalitis, FSM, kann zu Hirnhautentzündung führen. Laut Robert Koch-Institut ist Niedersachsen aber noch kein FSM-Risikogebiet. E.I.J.R.